Vom 24. bis 25. Januar 2015 zeigte das große Japan-Festival Berlin in der Urania auf vier Ebenen, auf zwei großen Bühnen und in mehreren Veranstaltungssälen die Vielfalt Japans in den Bereichen Kunst, Kultur, Lebensart und Tourismus. 80 Aussteller zeigten die Vielfalt des Landes der aufgehenden Sonne. Auf den vier Ebenen der Urania blieb kein japanischer Wunsch offen. Die Bandbreite reichte vom Bonsai über japanischen Tee, Sake, Kimonos, Möbel und Wohnaccessoires. Insgesamt 250 Künstler, Musiker, Tänzerinnen, Designerinnen und Performerinnen boten auf zwei Bühnen 36 Stunden non-stop live auf. Denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Witzig! Schalang, hey Schalang, wenn du dein Herz, du hast die Manga. Wer von euch ist denn alles, der Drake machen lasst und mit Mangas und Animes zu tun hatte? Das geht richtig lustig zu. Das ist bei mir, wir sind zweifalte Schellen. Der Künstler, der kennt das alle! Der Künstler, der kennt das alle! Ich bin froh, dass ich nicht mehr. Ich bin froh, dass ich nicht mehr. Musik 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 Sehr schön Musik 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 Musik